Willkommen zu einer weiteren Runde Skywars Diesmal sogar auf dem GOMHD-Server Ich wurde da endlich mal entbannt Hervorragend, die 30-Tage-Frist ist abgelaufen, die ich warten musste, bis ich entbannt werde Ach, da kommt schon direkt einer, der will mich doch wohl verarschen Ah, natürlich hat er ein Diamond-Schwert Warum denn auch nicht? Oh, ich hab den! Easy Du Ficker, Alter Nee, mit mir nicht Ich brauch die Haltränke nicht, ich brauch sie einfach nicht Deswegen kann ich sie wegschmeißen So, ein Diamond-Burst-Panzer, bitte Dankeschön Huiuiui, hab ich gutes Equip grad Ich warte noch, bis ich ein bisschen regeneriert bin Nein! Oh, was! Der hat Verbrennung? Holy shit, okay, gut Nee, ich bin runtergefallen So ein Scheiß Ah, fuck! Dass der Lava platziert hat, hab ich nicht gesehen Na gut So, jetzt hier auf einer anderen Map, die ich nicht kenne Schau ich mal, dass ich mich hier irgendwo langbauen kann In der Hoffnung, einen wegzurecken Da, hier, da sieht doch so aus, als ob man sich hier langbauen kann Schauen, ob er mitkriegt, dass ich hier langkomme Das ist ein Witz, oder? Du kleiner Pizza, Alter Das ist doch scheiße Das er auf den Kackbaum fällt Ohne Witz So, da sind wir in einer Teamrunde Ich bin gespannt, bekomme ich hier noch was? Ja, tatsächlich Ich dachte, mein Mate nimmt sich alles, aber das tat er nicht Ich hoffe, dass er blickt, dass er ein Diamond-Schwert hat Ich bin mal nett und hab ihm eins gemacht, ne? Äh, jetzt ist die Sache Was mach ich jetzt? Geh ich in die Mitte? Oder nicht? Ich probier's einfach mal Ja, ich hab tatsächlich ziemlich gute Waffe jetzt, aber Rüstung fehlt mir halt ein bisschen Guck mal, da kommen zwei Ich hoffe, dass es kein Team Ah Ich glaube, mein Mate lebt noch Ich hoffe es Ich glaube, ne, mein Mate lebt Doch, mein Mate lebt noch Guck mal hier Da Können wir machen hier Oh lol Was, was ist, was Oh lol Ha Ich bin eigentlich runtergefallen Äh, was mach ich jetzt? Schnell Hab ich Wasser einmal? Ja, hab ich Ja, komm Dankeschön Oh nein Oh nein Fuck Dieses dumme Spinnennetz Hat mich komplett rausgebracht Nix gemacht Die Runde So Hoffentlich läuft das jetzt besser als in der letzten Runde Ich baue mich mal einfach darüber So Und auf der anderen Insel des Anderen Typen hier angekommen Vielleicht hat der ja eine Diamond oder so Oh, der hat eine Enderperle übersehen Okay Gut Das ist ziemlich sick Möchte ich meinen Da höre ich doch ein Okay, gut Aha Ja Lustig, Alter Bitte Das ist doch ein Scherz Diese Schei Ohne Witz Alter So Ah, eine Enderperle So Okay, gut Ja Mhm Nehmen wir das mal mit Yolo Ich mach es wieder Ich pop mich wieder in die Mitte Vielleicht bin ich ja besser als alle anderen Oh ja Tatsächlich bin ich Ich esse einfach schon mal jetzt einen Goldapfel Lol Okay Das ist doch ein Witz, Alter Warum backe ich denn da in der Wand fest So eine Scheiße, Alter Also ohne Witz, hey So, ich weiß nicht, wie oft ich diese Scheiß-Map hier heute gesehen habe Aber Offensichtlich gibt es hier nicht mehr allzu viele andere Maps Auf dem Server Deswegen scheint die hier relativ beliebt zu sein Äh, zack Blöcke Sticks So, zack Ja Porte ich mich in die Mitte oder nicht Ist die Frage jetzt Let's go Porten wir uns in die Mitte In die super coole Mitte Da haben wir hier Hoffentlich was Tolles Aber den Diamond Helm hier nehme ich mal mit Und dann Dass ich nicht ganz so nackend bin Ja Gut Das war's Ich hoffe euch hat's gefallen Tschüss